Man könnte es die hirnrissige Dreifaltigkeit nennen. Drei Artikel einer Urheberrechtsreform, die alle auf ihre eigene Weise zum Kopfschütteln anregen. Da wäre Artikel 13 mit seinen unrealistischen Lizenzverhandlungen und implizierten Uploadfiltern, Artikel 11 mit seinen vielerorts bereits gescheiterten Linksteuern und Artikel 12, der nichts anderes ist als eine Zeitmaschine, die bereits getroffene Entscheidung rückgängig machen soll. Um die Beweggründe hinter Artikel 12 zu verstehen, müssen wir zurück in die 1950er Jahre. Deutschland, das Farbfernsehen ist der neuste Scheiß, vom Internet fehlt jede Spur und die Musik klingt so. Furchtbar, ich weiß. In dieser Zeit führen Deutschland und einige andere Länder ein Vergütungssystem für Urheber ein. Dieses System besagt, dass die Einnahmen der Verwertungsgesellschaften unter den Urhebern und den Verlegern aufzuteilen seien. Drei Vokabeln, die wir an dieser Stelle am besten schnell klären sollten. Der Urheber ist der Schöpfer eines Werks, in diesem Fall der Autor eines Romans. Der Verleger ist der dazugehörige Verlag dieses Romans, der es verlegt und vertreibt. Die Verwertungsgesellschaft ist die Institution, die sowohl dem Urheber und dem Verleger übergeordnet ist. Sie ist grob runtergebrochen sowohl für die Vergabe von Nutzungsrechten als auch für die Bezahlung der ihn unterstellten Verlage und Urheber zuständig. In diesem Beispiel wäre das die VG Wort, für Musik wäre das die GEMA. Mit der Zeit wird deutlich, dass mit dem Fortschritt der Technik nicht jede Urheberrechtsverletzung nachverfolgt werden kann. Kassetten kann man überspielen, CDs vervielfältigen und MP3-Dateien einfach kopieren. Das lässt die Urheber natürlich im Regen stehen, also entwickelt man eine Kompensation für diese immer häufiger auftretenden unbezahlten Kopien. Und diese Kompensation hält bis heute. Ein kleiner Teil des Preises jedes USB-Sticks, jedes Smartphones, jedes Rohlings, jedes Kopierers geht an die Verwertungsgesellschaften, um eventuelle Privatkopien zu entschädigen. Diese Privatkopieabgabe ist Teil der sogenannten gesetzlichen Vergütungsansprüche. Nun war es sehr lange so, dass es allein den Verwertungsgesellschaften unterlag, zu entscheiden, wie viel davon der Verlag und wie viel der Urheber bekam. Das führte im Beispiel der VG Wort mehr oder weniger zu einem 50-50-Verhältnis, während die GEMA in der Regel 60% an die Urheber und 40% an die Musikverlage zahlte. Das war schon damals relativ komisch, schließlich entstand der Schaden ja auf Seiten der Urheber und diese gesetzlichen Vergütungsansprüche wurden für ihren Schutz vor Raubkopien erst eingeführt. Dieser Umstand wurde hierzulande relativ lang so hingenommen, bis 2015 der Europäische Gerichtshof in einem belgischen Fall stutzig wurde. Er entschied, dass die Kopierabgabe nur den Urhebern und nicht den Verlagen zustünde. Und nur ein paar Monate später entscheidet der Deutsche Bundesgerichtshof, dass die VG Wort nicht grundsätzlich die Hälfte der Pauschalabgaben an Verlager auszahlen darf, weil diese ja den Urhebern zustehen würden. Die Verlage hätten nur dann einen Anspruch auf einen Anteil der Pauschalabgaben, wenn ihnen das der jeweilige Urheber erlaubt. 2017 weitet sich dieses Urteil auch auf die GEMA aus. Auch sie dürfen Musikverlage nicht grundsätzlich an den Pauschalabgaben beteiligen, wenn ihnen das der Urheber nicht ausdrücklich erlaubt hat. In der Folge änderten die Verwertungsgesellschaften ihre Verträge so, dass Urhebern grundsätzlich die volle Summe der Pauschalabgaben zusteht, sofern sie die jeweiligen Verlage nicht daran beteiligen wollen. Das ist unsere aktuelle Situation. Und Artikel 12 ist in seiner aktuellen Form nicht viel mehr als It's rewind time. Denn er stellt den Status vor den eben genannten Gerichtsurteilen wieder her. In Ländern, in denen zuvor ein Anteil auch an die Verlage gezahlt wurde, sollen diese in Zukunft wieder einen Anspruch auf ein Stück vom Kuchen haben. In Ländern, in denen das noch nie der Fall war, wiederum nicht. Bis zu 50% stehen den Verlagen damit wieder zu. Also schwächt die EU-Urheberrechtsreform aktiv die Position der Urheber mit Artikel 12, obwohl die Befürworter unablässig behaupten, sich für die Stärkung der Urheber einzusetzen. Es ist besonders in Kombination mit Artikel 11 kurios. Denn dort haben Verlage erneuten Anspruch auf Abgaben durch das Leistungsschutzrecht, während sie in Artikel 12 erneuten Anspruch auf Abgaben durch Vergütungsansprüche haben. Ein Doublekill sozusagen. Während eine geringe Beteiligung der Verlage sicherlich nicht schädlich wäre, würden bis zu 50% in den Augen von Kritikern Urheber in Ländern wie Deutschland zu Autoren zweiter Klasse degradieren, die viel weniger durch Vergütungsansprüche erhalten als ihre Kollegen aus Schweden. Das stört zahlreiche Berufsverbände für Urheber natürlich, weswegen sie immer wieder versuchen Artikel 12 mit in die Diskussion und die Proteste gegen Artikel 11 und 13 zu bringen. Dieser Artikel kümmert sich natürlich um einen Umstand, der dem gemeinen Konsumenten wahrscheinlich nie auffallen wird, zeigt aber wie kein anderer Artikel der Reform, dass es nicht zwangsläufig um das geht, was man nach außen kommuniziert. Und das ist furchtbar schade.